so hallo und herzlich willkommen auf dem kanal start der freunde freunde des guten geschmacks ja die produktion muss weiterlaufen war ja alles erledigt dass wir erledigen wollten ja gut es ist spät am abend auch gut jo wir machen weiter wie gesagt lego star wars 2 original trilogy am letzten speicherpunkt von 11 12 20 21 19 uhr 20 hatten wir das letzte mal gespeichert meine freunde ja sind jetzt im moment bei 15,4 prozent des spielers das heißt sie haben noch viel vor aber ich denke mal das kriegen wir hin machen wir uns erstmal eine zigarette meine freunde ja und dann legen wir auch los und du hörst meine freunde und wenn ihr mal im live stream dabei sein wollen meine freunde dann einfach auf www.witsch punkt tv ist die gdx brauche meine freunde euer satz schon bau kostenlose von oder lassen um mich zu stützen passt ja meine freunde und noch vorweg wenn ihr mich mit kostenlosen abo unterstützen und einfach den abo knopf drücken und schon seit er in der power army und ganz wichtig die glocke zu aktivieren nicht vergessen und sobald zum beispiel ist ganz genau sucht bauer ist mal wieder lust in irgendeinem spiel unterwegs und ja freunde den link zu meinem twitch kanal blende ich unten ein und wenn jemand spenden möchte mir ein trinkgeld geben möchte dann www.payball.me.de den link natürlich auch unten rein ins video also in die beschreibung ja freunde dann würde ich sagen wir legen los laden bestätigen nun mal wir legen los ja okay und das würde kopf so wir machen hier weiter wieso der 1 bis 3 charaktere gekauft jetzt gucken wir erst einmal nein wir kaufen noch nichts so geht es eigentlich dahin ok hier kommt man raus da wollen wir noch nicht hin wir wollen ja noch nicht raus wollen wir nicht ja jetzt gehen ist klar jetzt gehen die alle auf die türen nachdem wir episode 4 abgeschlossen haben so das sind die bauen die hand da wollen wir erst noch nicht hin so was haben wir hier doch jetzt auch raus das erste hütten so jetzt haben wir wir könnten jetzt episode 4 bonus machen und die machen wir jetzt auch die setzen wir dann natürlich klar an den anschluss ran muss ja sein gut wir machen die super story bonus wir müssen irgendwie bestzeit eine stunde ok wir müssen unter einer stunde sein das heißt wir auch erst fertig und dann geht es los ja und was zum trinken brauchen natürlich auch wir ziehen jetzt die super story durch so gibt extra punkte dann haben wir auch das ja in fünf minuten und wenn das ist dann kommt minikin bonus mit fünf minuten was das ist weiß ich nicht das ist jetzt die komplette episode 4 die komplette am stück wir überspringen aber alles jetzt die ganzen fünf sequenzen müssen wir überspringen weil die zeit läuft die zeit läuft holt euch ein paar chips legt euch zurück es geht los ja aber musik darf ich ja natürlich nicht laufen lassen also den ton darf ich ja nicht an machen das heißt ich muss mit euch labern während ich das spiele dass es euch nicht zu langweilig wird aber ich habe voll den sound auf den ohren mussten sound leiser drin so wir werden bestimmt vernichtet werden reinnehmer mit war erster satz irgendwie von c3po einer der ersten sätze ach du meine güte ja ich will das aber überspringen und es geht nicht es geht nicht ich kann es nicht überspringen der lego wader der lego da auf so wir legen gleich natürlich richtig los zack natürlich versuchen wir auch nicht zu sterben wir haben schon unsere ersten credits eingesammelt die ehren jungen mit laufiger junge so zack rückwunder die tür zack ach ne hier können wir noch nicht schießen so hier können wir jetzt gleich schießen hier geht es los so das ist nochmal gleich mal weg in mann jetzt kommen wir noch mal welche und los geht's wir müssen uns beeilen wir wissen wie lange die episoden vor gedauert haben weil wir alles eingesammelt haben und jetzt muss es natürlich schnell gehen meine freunde wir müssen uns beeilen aber schnell bauen wäre eigentlich angesagt wenn man die möglichkeit hätte aber die denn stein roten stein haben wir ja leider noch nicht so ich mach das erste mal seit jahren dieses ding hier wieder zack so 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 komm schon ach er haut einfach ab das hatte nicht sollen sein so so genau da hinten jetzt das ist eine scheiße wir müssen eigentlich jeden Fuzzi hier erschießen wirklich jeden hehehe 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 also ein bisschen was müssen wir einsammeln du ohrschloch so kann man nicht überspringen den scheiß egal nimmt euch paar chips holt euch euer gedrängt lehnt euch zurück und genießt die show würde ich da sagen aber nicht gut wenn man sich was einklämt hier so jetzt brauchen wir ja den hier denke ich mal um diese tür aufzumachen genau so war das haben wir uns noch gut gemerkt den scheiß so zack tschüss und tschüss ja das war alles hier ein bisschen zeit so zack und rüber ja geht schon fix bisschen was müssen wir unterwegs auf jeden fall einsammeln so video hier hätte es ruhig ausschneiden können hier zeit anhalten können wo lik 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 hier heh was war doch schnell jetzt wie ich das gemacht habe so also wieder haben wir für das erste level gebraucht hat vorhin vor dass in der halbe ewigkeit gedauert gehabt also das erste level da gespielt haben vor ein paar tagen ich brauche genau die hier so nach komm schon zack so ihr seid frei jungs ihr seid frei ja wir wissen was mich jetzt spielen ich hab's eilig so das sind die manns bieter bis jetzt so das ist abgeschlossen so ist es man bedenke wir müssen unter einer stunde bleiben aber das geht mein müssen wir hinkriegen ich hab's damals hingekriegt wenn diese katz ziehen nicht mehr sind also extra dafür für den modus hätten sie das weglassen können dann gefällt mir aber wir haben dieses level geschafft ohne zu sterben ja nun die zeit läuft meine krieg dafür in dem score wir sind durch ohne zu sterben ich kann ganz gut glück 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 sagt und glauben dass er ein roid mitbringen der bod schaffe steht diese filmszenen alt hat und doppel sonne er ist geil gemacht einfach geklaut stimmt halt nicht mit dem film überein was soll es trotzdem gutes spiel meine freundin ein sehr schönes spiel so haben wir mal schnell hier ein ach so nein 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 nichts einsammeln wir müssen doch schnell durchgehen ganz vergessen ich kann es vergessen müssen ja schnell durch und nicht von jahren ein zusammeln ist ja mal ein bisschen lust von mir ja genau kommt runter baller alle weg ratter bomb hey dumpfbacken einrichter ich will doch nicht runterfallen ich wollte das herzchen mitnehmen hier lappen ja auch wir haben nur eingekillt von dem andere steht noch da bleiben können wir auch gleich weg ist er ja wie gesagt speedrun freunde speedrun wollen ja schnell durch durch dieses spiel lukizuki müssen wir hier durch lukizuki aber ich glaube die blauen da hinten könnte man mitnehmen oder wir müssen ja die 100.000 müssen auf jeden fall auch sammeln so das haben wir mal kurz mit wird zack 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 so hoch da hoch da hoch da genau so und bitteschön so kommst du hoch hier bitteschön so gut so gut dann gehen wir wieder mit dem hier zack wupp zack komm runter hier zack genau und lass mich hier hoch gut so einfach und so schnell geht es ich warte doch nicht bis dahin mit oben ist wo gut 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 nein wir müssen die durchlaufen gut 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 schon mal für ein paar münzen hier gesagt muss auch sein aber wir dürfen uns jetzt nicht lange aufhalten bringen auch so unsere münzen so bevor die uns hier lang leben diese jahres natürlich so war noch mal einer muss sich aus dem weg räumen den hund auch hier ist keiner ok hier ist noch so eine drohe du penner das geht aus dem weg junge du bist so doof junge das jetzt leben wir wollen denn hier jetzt einmal her nein das wollen wir das hier aufbauen genau so dann brauchen wir ja wieder denn ja da läuft salamarschig wenn wir wünschen dass das schneller läuft der idiot so 3 p.o. wir haben es also gemacht dass alarmarschig ist egal macht nichts wir müssen uns beeilen natürlich nehme ich denn ihr wisst warum weil er schießen kann er kommen wenn wir schon da sind aber das oder auch doch nicht was halt nicht mit lassen sollten der scheiß auch jetzt haben wir es mit wird dann muss doch noch mit ich brauche jetzt gerne mein freund so so 3 p.o. weil der deines amtes und macht die so sehr weg so so ein vogel aner ist verpiste und Arschloch. Gut. Mach auf die Tür. Achso. Ah, verschwendete Sekunden hier. Egal. So, wir haben eine Viertelstunde schon fast. 15 Minuten fast. Für die Episode. Fast 15 Minuten für die Episode und mich gelüstet ist nach einer Zigarette, meine Freunde. Das heißt, 15 Minuten die Episode und wir nehmen gerade Zeit 23 Minuten auf. Okay. Gut. Ab geht's ins nächste Kapitel, meine Freunde. So. Auf die Schnelle durch muss Eis weh. Aber ist sogar möglich durchzukommen, ohne zu sterben. Ah, habt ihr gesehen da links in Bilder? Wies ein Freak. So, wir müssen darüber... Ich brauch den hier. Wage es sich jetzt nicht zu schießen, alle. Ich will jetzt hier durchgehen. Ich will jetzt hier richtig schön durchmarschieren. So, 3PO. Hallo. Ah, stehen die da drüben rum, die Idioten. So, damit... Was wir jetzt machen, ist mir egal, denn ich muss jetzt nur hier hoch und hoffen, dass die jetzt nicht auf einen armen, kleinen, goldenen Druiden schießen. Also bis jetzt nichts. Also gut, auf den Druiden schießen die nicht. Das ist gut. Au! Au! Au, ey! Wieso schießen die jetzt hier auf mich? Okay. Leute, das gibt Rache! Ich dachte, sie schießen nicht auf Druiden. So, ah, okay. Das Level wird jetzt ein bisschen... Äh, das war dann 3PO hier, gell. So, 3PO. Der drüben, die ganze Zeit hier hochlaufen können, der Depp. Einarmige 3PO ist so, ach, schön. Gut. Gut. Spawnen dauert zu langsam. Spawnen dauert zu langsam. ja wir machen ja nur das wesentliche jetzt nein jetzt kommt ja ich bin ja mal nicht und dann gleich direkt einspringen hört aber nicht geklappt das scheiße ist es es kommt erst mal der ländische also gut Wir müssen uns beeilen, wir müssen uns hier durchschießen. Ich will den Luke Skywalker haben und ich kriege ihn nicht angewählt, das ist doch so ätzend. Geh jetzt, sterben, Junge. Jawohl, dann haben wir das noch mit, schnell, hat es lange gedauert, diese Scheiße, so, komm' mehr. Wieder auf eure Position hier. So, diese Speedrun, meine Freunde, der macht mich kaputt, der schafft mich komplett. Vor allem, wenn das nicht so klappt, wie ich es möchte. Und auch Han Solo. Das muss schneller gehen. Genau da muss man hin. Lass mich doch loslegen hier. Lass mich laufen. Ohrschluch. So, in diese Richtung müssen wir, glaube ich, warten. Da war das. Genau. Dann haben wir schon mal 52.000 gesammelt. Ist mir gerade egal, ob da einer kommt. Wupp. Wupp. Haben wir doch gerade gut weggepulzt, den Hund. Lass uns beeilen. Wir haben schon 20 Minuten, haben wir schon weg. Wupp. Kommt der Penner jetzt auch immer her. Das nervt. Ja. Alles haben wir so weggeholzt. alle wir uns restlos weg alle weg LWG LWG nur sie verpisst der Hund LWG LWG So, der nächste man machte für all die die siehnen können Genau jetzt kommen wir runter zum Hund. Gehen wir mal auf den Sack der Hund. Arschloch. Die Flucht ist uns geglückt. Aber eigentlich ziemlich schnell sind wir da bis jetzt durch. Mein gut, Episode 4 ist eigentlich ein Speedrun schnell. Das dauert keine Stunde. Vielleicht mit 50 Minuten dabei dann. Mit 40 oder 50 Minuten. Das Video dauert schon wieder 34 Stunden, äh 34, 34 Stunden, 34 Minuten. So, gleich ins nächste Level. Zack, bumm, wir machen nicht lang rum. Oh ja, sorry meine Freunde. Genau, jetzt geht's auf den Todesstern. Hm, 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 hm. Ich spüre etwas, was ich schon lange nicht mehr gespürt habe. Jo, meine Faust. Du Lappen. So, darf ich jetzt, darf ich jetzt loslegen? So, wir müssen hier schnell, schnell, schnell machen. Das heißt, wir müssen hier durch, komm, zack. Fug, so. 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 richtiger widerling da wir laufen mit an so und es geht jetzt darum alles hier weg zu ballern ist Ja genau, ich bringe die Brücke hier rüber. Arschloch! Er hat mir den Helm genommen. Ja genau, hier brauche ich ihn. Bis hierhin bin ich gekommen ohne Helm. Oh! Diese A steigen. Ja, so viel Zeit muss jetzt sein. Mal gucken, dass ich mit dem Helm hier durchkomme. Genau, wegen dem Herzleer wie das gemacht. So, ganz kurz Pause. Mein Zigaretler zielgau, Freunde. So, 26 Minuten haben wir schon in dem Spiel. 26 Minuten. Das ist der Trick am Speedrun. Man braucht nicht ganz durchdrehen, sondern einfach nur hierher. Das waren alle. Oh, so gut bin ich da noch nie durchgekommen. Ich schwöre. Oh, so gut bin ich da. Ja, dann müssen wir ja mitnehmen hier. Wieder so ein Wichtig-Tour hier. Ach, wir haben hier die Kamera noch. Okay. Make mit. Genau hier. Hier müssen wir rein. So. Prinzessin haben wir befreit. Jetzt müssen wir rein kommen. Und dann kommt der Angriff auf den Totenstern, meine Freunde. So, wir haben es geschafft. Jetzt kommt man natürlich das Tricky Level. Jetzt wird es Tricky. Ah, okay. Jetzt müssen wir vom Totenstern ankommen. Jetzt wird es Tricky, das Level. Das war das nicht überspringen kann. Äh, nein, das wollten wir nicht. Wir wollen überspringen, Jungs, überspringen, hopp, 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 hopp. Das ist die Filmsequenz. Das dauert einfach zu lange. Ich habe keine Zeit. Ich muss los. Jo. Gut. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ja, er ist sonnenklar, dass der jetzt auf mich schießt, der Hund, dass da noch einer so dumm ums Eck kommt. Und ich habe diesen Scheiß verringert. Wenn ich den Helm gleich brauche, ich nicht mehr zurücklaufen will. So. Ja, warum habe ich das jetzt wohl noch gemacht? Könnt ihr euch denken, warum, ha? Ich habe vergessen. So muss ich. Ja. 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 Ah, diese 5 Sequenzen. Aber jetzt noch gerne 5 Sequenzen, trotzdem scheiße. Ja, weil, wie gesagt, Speedrun meine Freunde Speedrun. Ich muss nur eine Stunde bleiben. Aber bis jetzt sieht es sehr gut aus. Zack, jetzt fällt er schon auf die Schnauze. Aber ich muss sagen, die Grafik wird sehr, sehr gut. Und positief. Ich habe es schon mal gewendet. Sehr gut umgerechnet. No. Ja, zwischendurch sollte man halt ein paar Münzen mit einsammeln, dass wir die 100.000 auf jeden Fall knacken. Jupp. Ich habe schon einiges liegen lassen. Ich habe mir den Helm geglaubt. Ich glaube, den brauche ich jetzt auch nicht, oder? Ach, wir kriegen ja hier einen neuen Helm. Wir kriegen ja hier gleich einen neuen Helm. Aber nicht so. Und das Gute ist, wir waren ja schon drüben. Vielen Dank für das Herzchen. Aha. Diese Scheiße dauert zu lange. Arschloch. Ey, das kann jetzt ja nicht euer Ernst sein. Ich hole mir gerade die Mütze, dann kommt ein und schießt auf mich. Ja, genau, bleibt ihr mal im... Ich hasse es, Freunde. Ich hasse es. Es ist ekelig. Nee. Nee. Nee, das... Hallo Leute, das ist ein Speedrun. Und ihr steht jetzt da richtig, wunderbar, die ganze Zeit im Weg rum. Ich muss die alle hier abbröseln, wegschießen. Ist gar nicht so einfach, wenn die ganze Zeit im Weg rumsteht. Ich muss ja wegholzen. Na, nein, Mensch, das kann doch nicht sein, Alter. Diese Scheiß-Drecksviecher. Da kommt einer nach dem anderen die ganze Zeit. Ich habe keine Chance, das hier zu machen, ey. Verpiss dich, du Scheiß-Sturm-Truppe. Alter. Es ist nervig. Vor allem, da die Scheiß-Zeit läuft. Alter. 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 okay wir sehen ging es gut auch war schon es kann noch nicht sein wir sind auf jeden fall noch gut in der zeit und wir holen uns auch die 100.000 jetzt so die haben wir die 100.000 wir fangen jetzt natürlich hier an nö wir brauchen dazu brauchen wir 3 po und da brauchen wir r2 wenn man auf jeden fall schnell befreien weil uns die 2 da oben nerven machen wir die auch gleich weg nehmen wir noch einen stein hier mit so schön umfang an zu zittern genau zu wackeln so so hier brauchen wir den süßen r2 dann brauchen wir 3 po wir lassen die jetzt einfach machen was wir wollen wir müssen sowieso gleich wieder auf der eine seite wieder runter ach die laufen jetzt hinterher und damit zack und so schön ja jetzt sind wir wieder runter hier brauchen wir bauen die handel ist klar er soll dann können wir kurz hier aufräumen so und hier brauchen wir jetzt wen erst wo war es glaube ich ja die nächsten in den nächsten episoden wenn ihr die level noch tritt oder oh das 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 die 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 das der das quasi die flucht ist uns geglückt ja die filmsequenzen kann man halt nicht überspringen das ist schade aber ist okay das video dauert natürlich länger als wieder speedrun dauert aber das ist normal zumindest in diesen filmsequenzen stoppt die zeit und das ist auch was wert ein stück pizza da hier noch inzwischen sehen das ist richtig ähnlich aber es ist weg aber eine wunderbare leckere pizza gegessen meine freunde naja Nuss geht's nun kommt das wird es schnell machen jetzt sind wir gerade in meinem Tobelow reingeflogen der Hund und Vielen Dank. Vielen Dank. Auf der Suche nach einem Torpedos. Wir haben keine Zeit, wir müssen uns beeilen. War ja nicht irgendwo... Ah, da hat sie Torpedos. Seht ihr? So. So, wir nehmen aber immer 3 mit. So. Ganz wichtig, Turbuläser müssen ausgeschaltet sein. Ganz wichtig, wir brauchen die Herzen. So. 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 Ab geht's in den Graben. So. 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 Musik. So. 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 zu werden aber du arsch aber wenn ich jetzt schon so oft treffen ja dann ist es auch egal und 46 minuten meine freunde wer bietet weniger vielleicht geht es noch schneller geht auch wenn alles gleich auf anhie klappen würde aber das kann man ja von einem spiel nicht erwarten noch nicht mal von einem kinderspiel das haben wir erledigt meine freunde einfach mal so rucki zucki die super story durch genutzt da waren dann ob ich glaubt oder nicht aber damals wie den ersten star wars gesehen hatte da diesen episode 4 damals ist ja noch krieg der sterne meine freunde da gab es noch nicht mit episode 4 episode 5 episode 6 dieser krieg der sterne und mich star wars ja einfach nur krieg der sterne dieser in deutschland und auf diese layer bin ich damals so abgefahren ich war verliebt in diese layer in diese ja in diese figur neuer heiß und wenn man wollte den stein dazu bekommen mein freund noch mal einen goldenen stein dazu bekommen inhalt wird gespeichert das geht jetzt automatisch wir haben die super story durch das kann man überspringen jetzt das brauchen wir jetzt nicht so jetzt aber 16,2 prozent mein freund so gut und wir sind natürlich wieder in muss eislich kandina so wie super story hammer abgeschlossen das heißt wir können jetzt hier weitermachen in episode 4 aber meine freunde das machen wir im nächsten video würde ich mal sagen ja meine freunde wenn euch das video gefallen hat auf jeden fall daumen nach oben da lassen ja und wenn ihr mich mit einem kostenlosen auto aber unterstützen wollte einfach den abo knopf drücken und schon seid ihr in der power army meine freunde ja und wenn ihr bei live streams dabei sein wollt dann einfach www.twitch.tv den link knall ich euch auch noch unten rein in die video beschreibung wie immer meine freunde so und wenn jemanden trinkgeld geben möchte dann einfach www.paypal.me oder auch unten auf den link klicken und schon kommt mir kommen wir auf meine seite ja meine freunde was bleibt mir ist noch zu sagen lasst euch nicht ärgern nicht von wann es meistens wenn ihr schlafen geht das auf jeden fall die hände über der bette gespielt nicht an euch selbst rum lassen machen alles andere ist ekelhaft meine freunde so und wir sehen uns im nächsten video wieder oder auch im nächsten live stream ich wünsche euch was bis dann ciao ciao